Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für, ja, einfach die Kraft deines Wortes. Wir danken dir für, ja, all das, was dein Wort, ja, in unserem Leben bewirkt hat, Herr. Es ist dein Wort, was ausgegangen ist. Deine gute Botschaft, dein Evangelium, mit dem du hinausgesandt hast, die Boten, die das Wort verkündet haben, das uns zum Leben gebracht hat, das uns vor Augen geführt hat, dass wir nicht irgendwie, ja, dass wir nicht alleine sind. Dass wir auch nicht Zufallsprodukte sind, sondern dass wir Geschöpfe Gottes sind, Kinder Gottes, eines Gottes, der alles geschaffen hat und eines Gottes, der voller Liebe und Barmherzigkeit und Erbarmen ist. Dieses Wort, was uns aufgedeckt hat und vor Augen geführt hat, dass wir Sünder sind, dass wir uns in Rebellion befinden, dass wir blind sind für Gott, weil wir unser Herz verschlossen haben. Danke für dieses Wort, was ausgegangen ist und was ruft. Lasst euch versöhnen mit Gott. Danke, dass du uns diese Gnade geschenkt hast, diese Gnade gezeigt hast. Und, ja, wir beten, dass du jetzt auch dein Wort an uns segnest, Herr, wenn es an uns ergeht, als, ja, neugeborene Kinder Gottes, Herr. Und da, wo es nicht so ist, da bitten wir dich, dass du dieses Wort gebrauchst, dass Menschen, die zuhören, die dabei sind, und, ja, dass sie erkennen, begreifen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und der gerne Gemeinschaft mit ihnen haben möchte. Und wir beten, dass du uns als deine Kinder stärkst, ausrichtest, längst leitest durch dein Wort, dass du uns Weisung gibst, Wegweisung, Herr. Danke, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Das haben wir gesungen und das ist auch wahr. So bitten wir dich, dass du jetzt dein Wort segnest. Amen. Kannst du irgendwie hier, ich weiß nicht, ich bin hier auf den, ich habe so ein Dings drauf irgendwie. Es ist, es schallt, es halt, es, ah, gut. Aha, okay, da weiß ich nicht. Ich glaube, ich spreche ziemlich laut, ne, ihr könnt mich alle gut verstehen, ne, gut, okay. Gut, wir sind im Buch der Sprüche, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie auf, wenn ihr sie nicht dabei habt, dürfen wir sie euch leider nicht geben. Da lohnt es sich doch, seine eigene Bibel zu haben und sie dann auch möglichst mitzubringen. Gut, wir sind im Buch der Sprüche, in Kapitel 12. Und wir wollen heute durch dieses Kapitel 12 durchgehen. Viele kurze Sprüche und ja, wir wollen an der einen oder anderen Stelle vielleicht einhaken, stehen bleiben, ein bisschen darüber nachdenken, was Gott uns hier durch diese Sprüche, diese Sprichwörter zu sagen hat. Kapitel 12, Vers 1, den haben wir schon intensiv betrachtet, weil er so wichtig ist, weil er eine grundlegende Aussage enthält, die für uns auch wichtig ist für das Verständnis dieser anderen Sprüche. Wer Zucht liebt oder Erziehung, Unterweisung, Belehrung, Zurechtweisung, wer das liebt und das lieben wir nicht von Natur aus, sondern wir müssen das erst lernen. Durch den Geist Gottes werden wir dahin gebracht, dass wir es lernen, es zu lieben, dass wir zurechtgebracht werden. Manchmal auch vielleicht auf schmerzhafte Art und Weise. Auch wenn es wehtut, Herr, ich möchte das lernen, ich möchte von dir lernen, das tut mir gut. Deine Erziehung, deine Unterweisung, deine Zurechtweisung. Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Der ist es, der am Ende die Erkenntnis erlangt. Das ist der Weg der Erkenntnis, das ist der Weg, wie du Erkenntnis gewinnst, wie du unterscheiden kannst. Wenn du in der Schule Freude hast am Lernen, dann wirst du am Ende auch viele Aufgaben lösen können, die schwierig sind, die dir, wenn du noch nicht gelernt hast, zu schwierig sind. Du wirst unterscheiden können, du wirst begreifen können, welches Problem stellt sich hier eigentlich, wenn du viel gelernt hast in den verschiedenen Fächern, in den verschiedenen Bereichen der Schulbildung. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir dazu lernen, in der Erkenntnis des Willens Gottes. Wie Paulus es im Epheserbrief Kapitel 5 sagt, seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Gott will nicht, dass wir dumm bleiben, sondern dass wir lernen. Und dafür braucht es ein williges Herz. Ganz, wenn du keinen Bock hast, weil dein Lehrer dich nervt, dann lernst du in der Schule nichts. Dann stellst du dich quer und am Ende hast du nichts davon. Du hast nur etwas davon, nämlich, dass du denkst, der Lehrer ist blöd und ich bin toll. Also, ich bin toll, das sagen wir nicht, aber wenn wir sagen, der Lehrer ist blöd, dann meinen wir, ich bin toll. Der Lehrer ist blöd. Und dann hast du vielleicht ein tolles Selbstwertgefühl, aber du bist dumm geblieben. Und wir haben hier den besten Lehrer, den besten Vater, den es geben kann. Unseren Vater im Himmel, der uns unterweisen möchte. Wer Ermahnung hasst, ist dumm und bleibt auch dumm. Wir gehen jetzt weiter in die Sprüche hier. Der Gute erlangt Wohlgefallen von dem Herrn, aber den Ränkeschmied spricht er schuldig. Hier geht es darum, um das Ansehen, das wir bei Gott haben. Und das ist ein Thema, was sich durch die ganze Bibel zieht. Sucht nicht das Ansehen der Menschen, sondern sucht das Ansehen bei Gott. Sucht das Wohlgefallen Gottes. Das soll euch das Wichtigste sein, dass Gott auf euch schaut und sagt, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das sagt Gott zu Jesus Christus bei seiner Taufe. Der Vater liebt den Sohn und er achtet und respektiert ihn. Er zeigt ihm seine Liebe, sein Wohlgefallen. Wisst ihr, lieben tut Gott uns alle, aber er hat nicht an allen Wohlgefallen. Er hat nicht an allem in mir Wohlgefallen. Wohlgefallen hat er aber an Jesus Christus, an seinem Sohn. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus mein Herz erfüllt. Wenn Jesus in mir lebt, wie Paulus sagt, Christus lebt in mir. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn Jesus sein Leben durch seinen Geist in mir leben darf. Okay? Wenn er mich gebrauchen kann als sein Werkzeug. Dann schaut Gott auf mich und sagt, hey, ich sehe Jesus in dir. Ich sehe meinen Sohn in dir. Du, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott liebt uns. Aber seine Liebe wird erst vollendet dadurch, dass er Wohlgefallen finden kann an uns. Seine Liebe wird darin vollendet, dass wir ihn von ganzem Herzen zurücklieben. Denn das ist das, woran der Vater vor allen Dingen wohlgefallen hat an seinem Sohn. Mein Sohn liebt mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all seiner Kraft. Woran konnte man das erkennen? Dass er sein Leben ganz eingesetzt hat für den Willen Gottes, den Willen des Vaters zu tun, ihm gehorsam zu sein. Das zeigte, dass er den Vater von ganzem Herzen liebt. Und dahin möchte Gott uns führen. Er möchte uns dahin führen, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Und daran hat Gott Wohlgefallen, an der Liebe, weil er die Liebe selbst ist, in Person. Daran hat er Wohlgefallen, an der Liebe. Wenn wir Liebe haben zu ihm, aber auch untereinander. Wenn wir gütig sind, wenn wir Gutes tun. So lasst uns, sagt Paulus, wo wir nur Gelegenheit haben, Gutes tun. Galater 6, zuallererst an den Hausgenossen des Glaubens, aber auch allen Menschen gegenüber. Wo du nur kannst, tu Gutes. Das gefällt Gott wohl. Denn das ist Ausdruck seiner Liebe. Der Gute erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Aber den Ränkeschmied spricht er schuldig. Einer, der Intrigen schmiedet, der die Dinge manipuliert, um sie so zu gestalten, wie er das gerne hätte. Das gefällt Gott nicht. Wenn jemand die Herrschaft an sich reißt, anstatt die Herrschaft Gott zu überlassen. Die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes. Diejenigen, die Teil des Reiches Gottes sind, das sind die Gesegneten, die Kinder Gottes. Die Gesegneten des Herrn, zu denen Gott sagt, am Ende, gut gemacht, mein treuer Knecht. Du warst treu über wenigen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Das sind doch die Worte, die wir hören wollen am Ende, oder? Wenn wir vor Gott stehen. Lass uns danach ausstrecken, unser Leben danach ausrichten. Wir haben letzte Woche über die Prioritäten Gottes gesprochen. Lass uns unser Leben darauf ausrichten, dass wir Wohlgefallen beim Herrn bekommen. Und das bekommen wir dadurch, dass er in uns groß wird. Jesus in mir groß wird. Dass seine Liebe groß wird durch den Heiligen Geist. Dass ich Gutes tue, wo ich nur kann. Wir gehen weiter hier. Keinen Bestand hat ein Mensch durch Gottlosigkeit. Aber die Wurzel der Gerechten wird nicht ins Wanken gebracht. Hier geht es um Beständigkeit. Wer bleibt? Was bleibt bestehen? Der Mensch der Gottlosigkeit, so viel er auch plant und sich einsetzt, was er auch alles vorhat. Er bleibt nicht bestehen. Seine Pläne gehen zunichte. Am Ende bleibt nichts von dem, was er sich so ausgedacht hat. Aber die Wurzel des Gerechten. Und das ist so schön. Hier steht, kein Bestand hat der Mensch durch Gottlosigkeit. Wenn du also gottlos handelst, wenn du gottlosig, wenn du dich nicht Gottes Herrschaft unterstellst, dann hat dein Leben kein Bestand. Es ist wie in Psalm 1, wo gesagt wird, dass der Gottlose wie die Spreu ist, die der Wind verweht. Aber der Gerechte ist eine Pflanze, die eingepflanzt ist, die Wurzeln schlägt in die Tiefe. Und wenn dann der Sturm kommt, ja, das Haus wird zusammenbrechen, aber der Baum ersteht, weil er fest gewurzelt ist in der Erde. In die Tiefe hinab, die Wurzeln hat wachsen lassen. Der Gerechte wird nicht ins Wanken gebracht. Eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Die tüchtige Frau, sie ist die Krone ihres Mannes. Hier steht sogar, statt des Wortes Mann steht hier Herr. Das ist eine krasse, fette Herausforderung für alle weiblichen Ohren. Hier wird der Mann als der Herr bezeichnet. Jetzt kann man sagen, okay, das ist das Alte Testament, lass uns mal ins Neue gehen. 1. Petrus 3. 1. Petrus 3, da steht, 1. Petrus, Kapitel 3. Da steht, wie bitte? Achso, Vers, ach du hast Vers gefragt, Entschuldigung, Uschi, ich habe nicht genau verstanden, was du gesagt hast. Ja, wir steigen mal ein, man kann das Ganze lesen, aber wir steigen mal ein in Vers 5. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, nämlich mit einem sanften, stillen Geist. Nicht der äußerliche Schmuck, sondern der Schmuck des inneren Herzens. So schmückten sich auch einst die heiligen Frauen. Sie haben ihre Prioritäten richtig gesetzt, die heiligen Frauen. Nicht auf die Äußerlichkeiten, sondern auf das Innere, auf mein Herz kommt es Gott an. Sie haben danach gefragt, was ist Gott wichtig? Nicht, was ist mir wichtig oder was ist der Gesellschaft wichtig oder was ist den Männern wichtig? Oder noch nicht mal, was ist meinem Mann wichtig, sondern was ist Gott wichtig? Die Unterordnung der Frau unter den Mann ist vor allen Dingen zuallererst und vor allen Dingen Unterordnung der Frau unter Gott und seinem Willen. Und daraus leitet sich dann die Unterordnung unter dem Mann ab, die auch nicht falsch zu verstehen ist als eine Sklaverei oder irgendwie, wie gesagt, Mann und Frau sind Gottes Ebenbild. Sie sind gleichwertig. Und Petrus beschreibt das hier so wunderbar. Sie schmückten sich, so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, nicht auf ihren Mann. Viele Frauen sind furchtbar enttäuscht in ihrer Ehe, weil sie ihre Hoffnung auf ihren Mann gesetzt haben und bitter enttäuscht wurden. Sie haben gedacht, mein Mann, das wird mein Held und mein Retter und er wurde es dann nicht. Und dann sind sie furchtbar enttäuscht. Nein, es ist immer wieder wichtig, sein Haupt zu erheben zu dem, dem ich wirklich vertrauen kann. Auf den ich wirklich meine Hoffnung setzen kann. Und er ist fähig tatsächlich auch, einen Ehemann zurechtzubringen, der nicht auf rechter Bahn läuft. Deswegen ist Gebet so wichtig. Gebet ist wichtig, dass wir beten füreinander. Und dass wir beten, dass Gott uns hilft, nicht unseren eigenen Weg zu suchen, wie wir uns Recht verschaffen können. Denn das ist ein Grundprinzip der Bibel. Es geht nicht darum, dass ich mir selber Recht verschaffe, sondern dass ich Gott Raum gebe, dass er mir Recht verschafft. Ich soll ihn suchen, auf ihn alle meine Sorgen und Nöte werfen und dann fragen, Herr, was ist dein Wille für mich? Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Und Gott sagt, sorge dich nicht um dein eigenes Leben, dafür will ich sorgen. Sorge dich aber um das Reich Gottes, um die Herrschaft Gottes. Also diese heiligen Frauen, sie setzten ihre Hoffnung auf Gott und ordneten sich ihren Männern unter. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Unterordnung besteht darin, Gutes zu tun und sich keine Angst davor zu haben, dass ich eine irgendwie zurückgewiesen werde, dass ich zu kurz komme, dass ich irgendwie, ja, wie auch immer. Ich weiß mich geborgen in der Hand Gottes, auch in untergeordneter Position, weiß ich, dass Gott für mich ist und dass er mich segnet, wenn ich Gutes tue, wenn ich ihm folge, wenn ich gehorsam, ihm gegenüber gehorsam bin. Ich musste bei dieser ganzen Sache mit dem Herrn, musste ich noch an Folgendes denken. Es gibt diesen Vers in 1. Korinther 11 und das spreche ich jetzt mal zu uns Männern. Denn wir hören ja diese Worte gern, wir wollen ja gerne Herr genannt werden und noch besser wollen wir die Herren sein. Aber was ein wahrer Herr ist, das lernen wir darin, erstens lernen wir das an Jesus selbst, weil er ist der Herr und er hat gesagt, die Herren dieser Welt, die sind alle Unterdrücker. Aber bei euch soll es nicht so sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Diener sein. Deswegen wissen wir, was es bedeutet, ein Herr zu sein, nämlich sein Leben hinzugeben für die, für die wir Verantwortung haben. In 1. Korinther 11, Vers 2 wird uns gesagt, oder Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann des Christus, Haupt aber Gott. Paulus zeigt uns hier die göttliche Ordnung auf. Man könnte statt Haupt auch Herr sagen. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus der Herr eines jeden Mannes ist. Das hat der Hauptmann von Kapernaum richtig erkannt. Der hat gesagt, ich bin zwar ein Hauptmann, ich habe Leute unter mir, die auf mich hören und mir gehorsam sind, aber ich stehe auch unter einer Herrschaft. Ich muss auch gehorsam sein. Ich kenne das mit dem Gehorsam. Ich kenne das, mich unterzuordnen. Und deswegen weiß ich, wie sich das anfühlt, jemand zu sein, der untergeordnet ist. Und das sage ich uns Männern allen. Wir haben einen Herrn. Und viele Frauen können, viele von unseren Frauen, wenn du deine Frau ansiehst, wie sie sich dir unterordnet, da kannst du dir echt ein Beispiel daran nehmen, dich dem Herrn unterzuordnen. Und das ist das, worum es Petrus im 1. Petrus 3 geht. Er sagt, die Frauen, ordnet euch unter, dadurch werdet ihr ein Zeugnis sein für eure Männer und dann werden sie vielleicht auch dem Wort gehorsam sein. Weil sie ein Beispiel an euch sehen, wie man sich unterordnet. Sie sehen an euch, wie es richtig ist, dem Herrn zu folgen. Also Männer, lasst uns dieses Beispiel auch sehen und wahrnehmen und erkennen. Lasst uns uns selber prüfen, bevor wir irgendwelche Ansprüche gelten machen. Und das ist sowieso nicht unsere Sache. Der Herr hat seine Herrschaft nicht durchgedrückt. Nein, er war sogar bereit, sich kreuzigen zu lassen von denen, über denen er Herr war. Das ist unser Vorbild. Herr, sein darin, dass ich Verantwortung übernehme. Herr, sein darin, dass ich den guten Weg zeige und den guten Weg vorangehe. Dass ich selber ein gutes Vorbild bin. Dass ich Gutes tue, wo es nur möglich ist. Den Bedürfnissen derer, die mir anvertraut sind, dass ich die erfülle, dass ich sie stille, dass ich versorge, dass ich umsorge, dass ich Gutes tue, dass ich aufrichte, stärke, wo ich nur kann. Heile, vergebe. Das ist unser Vorbild. So sollen wir Herr sein. Und wenn ich tatsächlich so bin, dann ist es für eine Frau einfach auch, mich als Herrn anzuerkennen. Mich als den anzuerkennen, der ich von Gott bin. Nämlich in Verantwortungsposition für die Ehe und Familie. Also, Männer, lasst uns echt sehen und erkennen, was es bedeutet, sich unterzuordnen. Und lasst uns selber umkehren dazu, dass wir Christus wirklich unser Haupt sein lassen. Dass wir ihn als unseren Herrn anerkennen, respektieren, ihm folgen, ihm die Ehre geben in allem, was wir tun. Dann sind wir eine Krone unseres Herrn, so wie die Frauen die Krone ihres Ehemanns sind, wenn sie tüchtige Frauen sind. Aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine schandbare Frau. Mögen wir kein Wurmfraß sein, keine Fäulnis. Die Gedanken der Gerechten sind Recht, die Überlegungen der Gottlosen sind Betrug. Wenn ein Gerechter sich Gedanken macht über eine Sache, dann sind das Gedanken, die Recht sind, die gut sind, die geleitet sind von der Weisheit und Wahrheit Gottes. Er fragt zuerst nach dem, was Gott wohlgefällig ist. Er sucht in Gottes Wort nach Antworten. Er befragt Männer und Frauen, Schwestern und Brüder, die im Glauben feststehen, die gute Vorbilder sind, die befragt er. Seine Gedanken sind auf das Richtige ausgerichtet. Da gibt es ein schönes Beispiel, den Ehemann von Maria, der Mutter Jesu. Da gab es ein großes Problem. Seine Frau, seine zukünftige Frau, er war ja erst, waren ja nur verlobt. Seine zukünftige Frau war schwanger. Er hatte nicht mit ihr geschlafen. Das wusste er, denn er war ein gerechter Mann, ein frommer Mann. Er hat seine Braut nicht angetastet. Er hat ihr Ehre und Respekt erwiesen. Und dann war sie schwanger. Was sollte er jetzt machen? Und seine Gedanken, sie waren recht, sie waren gerecht. Er wollte einen Weg finden, wie er auf der einen Seite das Gesetz Gottes hält und auf der anderen Seite wollte er Maria aber nicht zu Schaden kommen lassen. Und so hat er sich irgendwie einen Weg ausgedacht. Aber Gott hat dann hineingesprochen und eine Lösung ihm geschenkt. So ist es oft, Geschwister. Wenn wir in Nöte, in Probleme kommen, in Schwierigkeiten bekommen und dann anfangen nachzudenken. Wenn wir die gerechten Wege Gottes suchen, dann werden wir finden. Gott wird sich uns offenbaren. Wir werden zu guten Schlüssen und guten Endergebnissen kommen in unserem Denken. Und dann wird Gott noch plötzlich eins obendrauf setzen und uns eine Offenbarung schenken, wie wir es uns gar nicht hätten ausdenken können. Die Gedanken der Gerechten sind recht. Die Überlegungen der Gottlosen sind aber Betrug. Wenn der Gottlose oder Gottlosgesinnte, sag ich mal so, manchmal sind wir ja auch gottlos gesinnt. Dann denken wir über eine bestimmte Sache nach und dann kommen uns Gedanken in den Sinn, wie wir betrügen können. Wie wir die Sache so ein bisschen anders darstellen können, sodass es passt. Das ist nicht Gottes Wille. Lass uns gute Gedanken haben und am Ende schenkt Gott uns eine Lösung, die wir vorher gar nicht bedacht haben. Die Worte der Gottlosen sind ein Lauern auf Blut, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. Hier finde ich den Gegensatz interessant, der hier dargestellt wird im Sprichwort. Lauerst du auf Blut, willst du zerstören, töten oder willst du retten? Ist das das, was aus deinem Mund rauskommt? Ist es etwas, was auferbaut, was stärkt, was rettet, was heilt oder ist es etwas, was niederwalzt und zerstört? Diese Sprichwörter sind gute Anreize dazu, sich selbst zu prüfen, über seinen eigenen Weg nachzudenken, über seine eigenen Worte nachzudenken. Wie rede ich eigentlich? Bin ich jemand, der mit seinen Worten Zerstörung anrichtet, der tötet? Oder bin ich jemand, der durch seine Worte rettet und heilt? Ich bin in Sprüche 12, Vers 6. Macht nichts, keine Ahnung, kein Problem, Judith. Vers 7 gehen wir weiter. Es stürzen die Gottlosen und sie sind nicht mehr, aber das Haus des Gerechten bleibt stehen. Hier geht es wieder um diesen Bestand. Wir kennen dieses wunderbare Gleichnis, was Jesus gesagt hat. Da sind zwei Leute, die bauen ihr Haus und der eine baut es auf ein gutes Fundament und es bleibt stehen, selbst als der Sturm kommt. Aber das andere Haus, das auf den Sand gebaut war und die Fluten kommen, es wird weggespült, es geht kaputt. Und der Clou an diesem Gleichnis ist, dass Jesus sagt, der, der auf das Fundament baut, ist derjenige, der meine Worte hört und sie tut. Der sie also zu Herzen nimmt, der sie beherzigt. Dem sie nicht einfach egal sind, nicht hier rein und da wieder raus, sondern der sie ernst nimmt, wichtig nimmt, Priorität setzt. Und der sie dann auch danach sein Leben ausrichtet. Dumm ist derjenige, der auf den Sand baut, sein Haus wird zusammenstützen. Es ist jemand, der die Worte Gottes hört, der die Worte Jesu hört, aber sie nicht zu Herzen nimmt, sie nicht in sein Leben integriert. Sie nur am Sonntag sich mal anhört für eine Zeit lang und dann die ganze Woche über zur Seite packt. Der hat keinen Bestand, dessen Leben wird zusammenstürzen. Vers 8, gemäß seiner Einsicht wird ein Mann gelobt. Wer aber verkehrten Herzen ist, verfällt der Verachtung. Also, wenn du einen Mann hast, der einsichtig ist, jemand, der sich zurechtweisen lässt, der sich was sagen lässt, der lernfähig bleibt bis ins hohe Alter. Das ist jemand, der zu loben ist. Aber jemand, der verkehrten, verdrehten Herzens ist, ein verkehrtes Herz hat. Und das zeigt sich oft auch in Dickköpfigkeit. Kommen wir später noch zu. Er verfällt der Verachtung. Vers 9, besser wer gering geachtet ist, aber einen Knecht hat, als wer vornehm tut, aber Mangel an Brot hat. Hier geht es um Imagebildung. Wie stehe ich da vor den Menschen? Und er sagt, uns hier, wird uns in den Sprüchen gesagt, besser mehr sein als schein. Nicht mehr schein als sein, sondern mehr sein als schein. Es ist besser, wenn du dein Leben in Ordnung hast, gut geregelt hast und es wird vielleicht von außen nicht so wahrgenommen. Und die Leute unterschätzen dich vielleicht besser so als andersrum. Ein wunderbarer Vers für alle Tierfreunde in Kapitel 12, Vers 10. Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Ja, hier offenbart sich etwas, wie wir Menschen mit den Tieren, die uns anvertraut sind, umgehen. Darin offenbart sich unser Herz. Sind wir Hüter unserer Tiere? Sind wir gute Hirten? Wie Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für meine Schafe. Und dafür, da meinte er natürlich uns, seine Menschen, aber das Bild ist etwas, was auch ganz real ist. Wir kennen von einem guten Hirten, der sein Leben eingesetzt hat für seine Schafe. David, der König David, er hat den Kampf aufgenommen mit dem Löwen, mit dem Bären, um seine Schafe zu verteidigen. Und hat dabei sein Leben riskiert, damit es seinen Schafen, die ihm anvertraut sind, gut geht. Wir leben in einer Zeit, da hat ja kaum noch jemand eigenes Vieh, oder? Ich weiß nicht. Wer von euch hier, der hier ist, hat irgendwie eigenes Vieh oder überhaupt ein Haustier vielleicht? Haustier haben vielleicht schon mehrere, aber richtig Vieh, so Hühner oder irgendwie sowas? Tommy, ja, manche sind noch damit aufgewachsen. In früheren Zeiten war es auf dem Land ganz normal, dass man so seine eigenen Hühner hatte oder so. Und wenn du deine eigenen Tiere hast, okay, da ist es vielleicht auch was anderes. Man kümmert sich vielleicht anders um die Tiere, wenn man sie vor Augen hat. Aber wir, wir kaufen unsere Eier im Laden. Wir kaufen unser Fleisch im Laden. Und wo das herkommt? Ja, mittlerweile ist das schon sehr gängig, dass man sich mehr darum kümmert, mehr darum bemüht, sich mehr fragt, wo kommt das eigentlich her, das Fleisch? Mensch, wie ging es den Tieren eigentlich? Wie geht es den Tieren eigentlich, die ich mir so zunutze mache? Letztendlich haben wir ja unsere Haustiere einfach nur anderen anvertraut und sagen, okay, ich kann mir keine Haustiere leisten. Ich habe eine Stadtwohnung. Ich kann mich nicht darum kümmern, kümmere du dich mal um die Tiere, die ich so nutze. Aber wie machen die das? Machen die das gut oder nicht gut? Ist es uns egal? Sind wir da nicht ein bisschen auch so grausam, wie es hier gesagt wird? Wenn unsere Tiere dann grausam behandelt werden, sind wir dann nicht zumindest Mittäter, wenn wir das einfach so geschehen lassen? Hier steht, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs. Wortwörtlich steht da, der Gerechte kennt die Seele seines Viehs. Er hat eine Beziehung zu seinen Tieren. Denn die Tiere sind geschaffen am Anfang und ja, Gott sagt, dass sie eine Seele haben. Das ist uns sehr fremd, dieses Denken. Wir sind geprägt von einem Denken, was die Natur zu einer Maschine degradiert hat. Im 17. Jahrhundert, der Rationalismus, hat im Grunde das Leben zu einer Maschine degradiert in seinem Denken. Der hat gesagt, ja Gott, das ist der sogenannte Deismus, Gott ist so ein Urmachermeister, der hat die Welt aufgezogen am Anfang, hat er alles eingerichtet, alles gemacht und jetzt geht sozusagen diese Uhr. Und das Bild ist wichtig, das Bild drückt etwas aus. Diese Maschine funktioniert jetzt von selbst, spult sich so ab, solange wie er eben das aufgezogen hat am Anfang. Und er kümmert sich nicht weiter drum. Er hat das am Anfang eingerichtet alles und jetzt spult das alles so ab. Und das war dieselbe Zeit, als der Körper, als eine Maschine wahrgenommen wurde, wo angefangen wurde, medizinische Forschung zu betreiben, wovon wir ja total profitieren auch. Es sind ja bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie alles ineinander wirkt und alles so ineinander greift. Wow, was kann die Medizin alles herausfinden und wie alles so funktioniert. Aber wisst ihr, was dabei zu kurz gekommen ist? Die Liebe. Die biblische Sichtweise davon, dass wir eben nicht nur Maschinen, dass wir nicht nur ein Körper sind, sondern dass wir lebendige Seelen sind. Und eben nicht nur wir Menschen, sondern auch die Tiere. Natürlich sind die Tiere nicht in dem Sinne Ebenbild Gottes wie wir. Da gibt es einen Unterschied. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir die Tiere wie den letzten Dreck behandeln sollen. Sondern mit Liebe, mit Respekt und auch mit dem Wissen um die Verantwortung. Denn am Anfang hat Gott gesagt, du Adam und Eva, ihr sollt herrschen, ihr sollt regieren über die Tiere. Aber nicht als Tyrannen, sondern als Hirten, als gute Hirten, als gute Verwalter. Nicht grausam. Tja, lass uns dafür beten, was das für unseren Alltag bedeutet. Wie wir das vielleicht fördern können, dass Tieren gegenüber nicht grausam gehandelt wird. Wo wir es können, lass uns dafür einsetzen, dass Barmherzigkeit regiert, auch gegenüber Tieren. Vers 11. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, isst ohne Verstand. Ja, hier geht es darum, zu arbeiten. Seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht unnützes Zeug zu treiben. Nichtigen Dingen nachjagen. Lass uns mal im Neuen Testament dazu lesen. in, ich glaube es ist 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher Vers. Moment. Jetzt bin ich glaube ich falsch. 2. Thessalonicher war das, ne? Ein paar Seiten weiter. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt. Noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr eigenes Brot heißt das, was sie verdient haben. Durch ihre Arbeit. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es gibt manche Geschwister, die aufgrund von Krankheit, aufgrund von verschiedensten Umständen, bis hin dazu, dass sie einfach keine Arbeit finden oder keine Arbeit, von der sie leben können, angewiesen sind auf Unterstützung. Das ist zuallererst keine Schande. Das gibt es. Wichtig ist aber zu verstehen, was Paulus hier meint, was Gott hier meint, auch in den Sprüchen. Wenn du Unterstützung bekommst, kann es sein, dass du dich zurücklehnst und eine ruhige Kugel schiebst. Dass du dich mit unnützen Dingen befasst und beschäftigst. Es gibt genügend Leute, die dann den ganzen Tag im Internet rumsurfen und unheimlich schlaue und wichtige Dinge erforschen und sich damit befassen, mit all diesen krassen, wunderbaren Theorien und mit diesen ganzen Wahrheiten, wie diese Welt funktioniert und sie tauchen darin so ein und haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als das studiert und können dir dann hinterher genau erklären, wie die Welt funktioniert und warum sie aus den Fugen gerät und wer alles dahinter steckt. Aber sie sind nicht dem Wort Gottes gehorsam. Es gibt so viel Gutes zu tun. Man kann so viel Gutes tun. Man kann seine Zeit, seine Kraft, die man hat, auch wenn man wenig hat, wie gesagt, weil man krank ist, weil man geschwächt ist, wie auch immer, gesundheitlich angeschlagen, trotzdem kannst du deine Zeit für gute Dinge nutzen. Du kannst deine Kraft für gute Dinge einsetzen. Zur Auferbauung, zur Stärkung. Getrieben von dem Geist Gottes, von der Liebe Gottes. Und dann bekommst du deine Unterstützung und kannst sagen, ja Herr, du weißt, ich würde am liebsten natürlich mein Brot selber verdienen, aber ich kann es nun nicht. Trotzdem will ich mich dir zur Verfügung stellen mit allem, was ich habe. Will ich dir dienen? Will ich arbeiten? Will ich nicht unnütze Dinge treiben, sondern das Ackerfeld? Und das ist dann wieder eine geistliche Sache. Das Ackerfeld, was du mir gegeben hast. Jesus sagt ja, betet darum. Die Ernte ist doch groß, aber der Arbeiter sind wenige. Betet, dass der Herr Arbeiter aussendet in seine Ernte. In Gottes Ernte kannst du auf jeden Fall arbeiten. Bitte darum, suche danach, dass Gott dich aussendet in die Ernte, dass er dir aufzeigt, wo dein Ackerfeld ist, wo du was beackern kannst. Also, zwei Bedeutungsebenen. Das eine ist tatsächlich, Gott möchte, dass wir selber unser eigenes Brot verdienen und mit dem, was wir verdienen, vielleicht andere noch segnen und stärken können. Und darüber hinaus geht es dabei darum, dass wir das Ackerfeld Gottes beackern und nicht unnützige Dinge treiben, nichtigen Dingen nachjagen ohne Verstand. Wieder zurück in Sprüche. Den Gottlosen gelüstet es nach dem Fang böser Dinge, aber die Wurzel der Gerechten bleibt beständig. Im Vergehen der Lippen ist ein böser Fallstrick, aber der Gerechte entkommt der Bedrängnis. Von der Frucht seines Mundes kann man sich satt essen an Gutem und das Tun der Hände eines Menschen kehrt zu ihm zurück. Der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Diesen Vers finde ich ganz gut, weil ich mich darin selber sehe. Ich muss lernen, aufzuhören, immer Recht haben zu wollen. Ich weiß nicht, wer von euch rechthaberische Menschen kennt. Ich weiß nicht, wer von euch rechthaberisch ist. Das Wort Gottes nennt diese Menschen Narren. Sie halten immer ihren eigenen Weg für das Richtige. Sie sind nicht bereit, auf Rat zu hören. Beratungsresistent. Lass uns echt weiche Herzen haben, die bereit sind zu lernen. Lass uns alle Rechthaberei ablegen, das ist närrisch. Und das führt nur zu schlimmen Streitereien. Am Ende geht es, wie gesagt, immer nur darum, das eigene Ich hervorzuheben, in den Mittelpunkt zu stellen. Der Narr, sein Unmut tut sich an demselben Tag noch kund, wer aber die Schmach verborgen hält, ist klug. Wisst ihr, hier geht es darum, wenn jemand einfach rausplatzt mit all dem, was ihn nervt. Es gibt so Leute, die fangen an, bei jeder Sache gleich loszumotzen. Und die Bibel nennt sie Narren. Es ist klug, die Dinge erst mal darüber nachzudenken. Jakobus sagt es so schön, er sagt, ein jeder Mensch sei langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wenn du wieder deinen Mund öffnest und da kommt wieder dieser ganze Unmut raus, dann erinnere dich mal an diesen Spruch und dann mach mal den Mund zu und denk, ich höre jetzt mal auf, darüber zu reden, was mich alles nervt, was mich alles aufregt. Ich höre mal auf, darüber zu reden. Und du darfst darüber reden, du sollst das nicht runterschlucken, verstehe das nicht falsch, aber red mit deinem Gott darüber. Klage ihm das Leid. Bete darum, dass Gott dir hilft, die Dinge richtig zu verstehen. Bitte darum, dass Gott dein Herz reinigt von diesem Unmut. Das ist klug. Wer die Wahrheit spricht, bringt Rechtes hervor. Ein falscher Zeuge hingegen nur Betrug. Das ist, denke ich, sonnenklar. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Hier nochmal wieder vom, Was kommt aus meinem Mund heraus? Sind das Schwertstiche oder ist das Heilung? Das ist auch der Schwätzer. Wo viele Worte sind, bleibt die Sünde nicht aus. Die wahrhaftige Lippe besteht für immer, aber nur einen Augenblick lang die lügnerische Zunge. Das ist im Grunde dieses Sprichwort Lügen haben kurze Beine, heißt, man kommt mit der Lüge nicht weit. Man denkt zwar, mit der Lüge kann ich irgendwie etwas verbergen, kann ich irgendwie weiterkommen, aber irgendwann fliegt die Lüge auf. Meistens ziemlich schnell. Wenn du aber die Wahrheit sprichst, das bleibt bestehen. Da kann niemand dran rumfummeln, da kann niemand irgendwie dir irgendwas hinterher nachweisen. Nein, wenn du die Wahrheit sprichst, dann kannst du getrost sein, das bleibt. Das bleibt bestehen. Die Lüge fliegt irgendwann auf. Betrug ist im Herzen derer, die Böse schmieden, bei denen aber, die zum Frieden raten, ist Freude. Böse schmieden oder zum Frieden raten. Wir sollen Friedensstifter sein. Alles, was an euch liegt, das tut, um mit anderen in Frieden zu leben, sagt Paulus in Römer 12. Da entsteht wahre Freude. Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, aber die Gott Gottlosen sind voller Unglück. Das ist eine Verheißung Gottes. Der Gerechte, dem wird kein Unheil. Nein, wir sind diejenigen, die einen Heiland haben. Uns ist das Heil verheißen, das Heil versprochen. Wenn du den Weg der Gerechtigkeit gehst, gehst du aber den Weg der Gottlosigkeit, wirst du am Ende im Unglück landen. Ein Gräuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Schon wieder geht es hier um das Wohlgefallen Gottes. Was gefällt Gott wohl? Was ist ihm ein Gräuel? Lüge. Lüge ist ihm ein Gräuel. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Ein kluger Mensch hält seine Erkenntnis verborgen, aber das Herz der Toren schreit mit Narrheit heraus. Auch da kann ich mich so gut wiederentdecken. So schnell bin ich dabei, all meine Erkenntnisse herauszuschreien und allen möglichst allen nahezubringen, was ich denn Tolles wieder erkannt habe und rausbekommen habe und kann nicht aufhören, davon zu erzählen, von meinen Erkenntnissen und werde zum Narren. Stattdessen zurückzuhalten, anderen den Vortritt zu geben, das ist wahre Erkenntnis. Anderen Raum zu geben, zu hören und ja, wenn die Zeit da ist, auch etwas von dem, was Gott mir gegeben hat, weiterzugeben. Zurückhaltend zu sein, das ist Liebe üben und das ist wahre Klugheit. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, aber die lässige Hand muss Zwangsarbeit tun. Am Ende zahlt es sich aus, ob man fleißig ist oder ob man faul ist. Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder. Ja, es gibt viele, viele Männer, die Kummer haben. Das klingt komisch irgendwie. Ein Mann, der Kummer hat. Och je, der Arme. wir Männer verbergen das gerne. Wir bleiben äußerlich cool. Aber doch, da ist viel Kummer auch im Herzen eines Mannes und das Herz eines Mannes mit Kummer erfüllt, ist niedergedrückt. Ist nicht frei. Wisst ihr, und der Kummer ist doch oft etwas, was wir uns selbst gemacht haben. Und es ist so wichtig, dass wir da rauskommen aus dem Kummer. Und dafür ist es wichtig, in die Gemeinschaft zu kommen. Mit dem Kummer auch mal rauszukommen. Mit einem Seelsorger über seinen Kummer zu sprechen. Aber ganz wichtig und zuallererst und vor allen Dingen ist es wichtig, mit Gott darüber zu sprechen. Den Kummer vor Gott auszubreiten. Nicht den Kummer in sich selbst zu verschließen. Denn dann werden wir mehr und mehr niedergedrückt und das psychologische Fachwort dafür ist dann Depression. Du rutschst immer tiefer in eine Depression rein, wenn du den Kummer in deinem eigenen Herzen pflegst. Stattdessen steht hier etwas, was dem entgegensteht. Ein gutes Wort erfreut das Herz. Ja, wir brauchen ein gutes Wort und das beste Wort, was es gibt, ist das Wort unseres Gottes. Lass uns aufbauen am Wort Gottes, an der Zusage, an der Ermutigung Gottes. Wie sieht Gott mich eigentlich? Wie sieht Gott meine Situation? Was denkt Gott eigentlich darüber? Und wenn du das dann liest, dann stellst du fest, so habe ich das gar nicht gesehen in meinem Kummer. Und dann hörst du die guten Worte. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben und ein großartiges Ziel. Gott hat großartige Verheißungen. Gott liebt dich, er ist dir nahe, er lässt dich nicht im Stich. Und dieses Wort können wir uns auch gegenseitig weitersagen. Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Das ist das, was einen Mann, der ein kummervolles Herz hat, erfreut, aufrichtet, ermutigt. Und das ist so wichtig, auch für die Ehefrauen. Wenn ihr gute Frauen sein wollt, dann ermutigt euren kummervollen Mann. Macht ihn nicht noch zusätzlich nieder, warum er so depressiv aus der Wäsche guckt, sondern gebt ihnen das gute Wort Gottes weiter, die Ermutigung Gottes. Lasst uns es als Brüder untereinander tun. Natürlich auch die Schwestern, auch die Männer ihren Frauen ganz genauso, die brauchen das ja auch alle. Der Gerechte erspäht seine Weide, aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. Wenn du mit Gott gehst, dann wirst du den Weg dorthin finden, wo gute Weide zu finden ist. Gott wird dir einen Weg bahnen, aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. Sie meinen, sie finden den richtigen Weg, sie finden das Ziel. Ist mir egal, was Gottes. Nicht erjagt die Lässigkeit, ihr Wild, aber kostbarer Besitz eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Haben wir gerade schon gehört. Und der letzte Spruch für heute auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Aber der Weg der Rachsüchtigen führt zum Tod. Geh den Weg des Lebens. Das ist das, was Jesus sagt. Geh den schmalen Weg, der zum Leben führt. Ich möchte das so gerne, dass meine Jünger, meine Kinder diesen Weg des Lebens gehen. Geh nicht den Weg, der ins Verderben führt. Und interessanterweise wird hier gesagt, der Weg der Rachsüchtigen, der jenigen, die nicht vergeben, die bitter sind und hart. Der Weg, der schmale Weg, ist auch der Weg der Vergebung, der Weg der Gnade. Du empfängst Gnade vom Vater, aber du gibst sie auch weiter. Und das ist Leben, Liebe untereinander, Vergebung, Versöhnung, immer wieder neu anfangen können, bei Gott und untereinander. Das ist wahres Leben, das ist der Weg des Lebens. Das andere ist der Weg, der zum Tod führt. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Unterweisung. Herr, die vielen interessanten Sprüche, die wir gehört haben, die vielen interessanten Anregungen und Gedanken Jesus hilft, dass wir einfach die Woche über diese Gedanken mitnehmen und darüber nachdenken, dass wir unser eigenes Leben immer wieder von deinem Wort prüfen lassen, dass wir ja, wenn wir Not und Kummer haben, dass wir bei dir nach Orientierung suchen, nach Auferbauung und Stärkung. Herr, dass es unsere oberste Priorität ist, was du zu unserem Leben sagst, wie du unser Leben einschätzt, ob du wohlgefallen hast oder ob es dir ein Gräuel ist, Jesus. Wir wollen mit dir durch diese Woche gehen, wir wollen weitergehen mit dir, weil dein Weg zum Leben führt. Danke, dass du mit uns bist und dass du uns vorangehst darin. Amen.